Nanu, was ist denn hier los? Warum ist hier so viel Lärm und so viele Baustellen? Oh, die haben ein neues Gebäude gebaut. Da hinten, da steht ja so ein krasser Traktor. Das Gebäude ist sicher zum ersten Mal. Was ist denn das? Boah, wie cool ist das denn? Das ist ja so ein Jetski da auf dem Wagen rauf. Boah, wie cool. Ist das wohl ein Sportladen oder so was? Oder so ein Bootsladen? Boah, das ist echt cool. Hm, also an der Tür steht da nix und das sieht ja sehr Hightech mäßig aus. Das ist ja eine Überwachungskamera, Sicherheitscode, da oben ist ein P. Hä? Das ist aber auf jeden Fall nicht die Polizei. Also, vielleicht ist das ein Sicherheitsdienst. Boah, wie krass ist das denn? Die haben ja voll die krassen Sachen hier. Boah, ob ich das da mal anfassen darf? Oha, das ist ja so eine Laserpistole oder sowas. Krass, sowas kenne ich ja nur von den Ghostbusters. Aber da ist das ja noch mal was ganz anderes hier. Hey, Jockermann, hast du gefunden, was du gesucht hast? Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht anfassen. Entschuldigung, ich wollte nix klauen. Hey, Moment mal, ich kenne dich doch irgendwoher. Bist du nicht dieser Jonas? Der von den Ghostbusters? Ja, das bin ich. Woher kennen Sie mich? Ich meine, Ghostbusters, klar, die sind ja ziemlich berühmt, aber ich bin da eigentlich nur ein Praktikant. Äh, wusste ich's doch. Ja, ich kenne auch die Ghostbusters ganz gut. Der Tully, der hat früher hier bei uns gearbeitet als Ingenieur. Und ja, daher kennen wir uns. Äh, weißt du was? Ich könnte gut Hilfe gebrauchen, denn mein Arbeitskollege ist gerade unterwegs. Wenn du willst, könntest du mir hier helfen und die ganzen Sachen einräumen. Dann zeig ich dir mal unsere neue Zentrale. Boah, wie cool. Eure Zentrale sieht ja voll groß aus. Die ist noch ein bisschen leer, aber wenn die ganzen Möbel hier drin bestehen, ich kann mir richtig vorstellen, dass es hier richtig cool aussieht. Aber kurz ne andere Frage. Was seid ihr überhaupt? Und was macht ihr? Seid ihr sowas wie die Ghostbusters? Ach, äh, Jonas, du fragst mal was. Wir sind sowas ähnlich wie die Ghostbusters. Wir sind die Playmobil Top Agents und wir jagen keine Geister, sondern wir jagen Bösewichte. Hier, Jonas, zum Beispiel, wenn du hier einfach rüber schaust, das ist unsere Schaltfläche, beziehungsweise unser Monitor. Da zeigt er mal alles an, ob in Playmobil City oder auf der Playmobil Welt. Wenn alles in Ordnung ist. Sobald irgendwie Gefahr besteht, ähm, leuchten dann die ganzen Läppchen auf und wir fahren dann dahin, fliegen dahin oder wie auch immer und retten dann die Welt. Boah, ehrlich? Die Top Agents? Aber ich muss sagen, ich hab von euch noch nie was gehört. Also, wie gesagt, ich kenn nur die Ghostbusters. Und Tali hat mir nie von euch was erzählt. Boah, das ist ja recht spannend bei euch hier. Ja, Jonas, äh, am Anfang waren wir eine Geheimorganisation, aber mittlerweile sind wir jetzt auch wie ihr in der Öffentlichkeit vertreten. Das heißt, wir haben uns jetzt hier unsere erste öffentliche Zentrale, wo wir dann die Playmobil Menschheit hier retten. Ach, übrigens, mein Name ist, äh, Agent P. Wenn ich dir irgendwann jedes Mal helfen kann, rufe ich einfach an. Boah, Agent P. Guck mal da. Ist das, ist das euer Jet Ski? Jep, das ist unser Jet Ski. Äh, wenn du willst, könntest du mir helfen, dann können wir den zusammen aufbauen, dann kannst du da auch mal Probe draufsetzen. Ah, okay, super. Äh, Agent P., das war jetzt das letzte Teil hier, was ich dran geschraubt habe. Ich glaube, das ist fertig. Äh, darf ich mich mal da draufsetzen? Und wie du das darfst? Äh, am besten nimmst du doch hier auch mal meinen Helm, damit's authentisch rüberkommt. Aber es könnte sein, dass die ein bisschen zu groß ist. Äh, ja, ist ein bisschen groß, aber trotzdem, das ist ja voll cool, hier draufzusitzen. Und stell mir das gerade vor, wie ich dadurch durchs Wasser damit fahre. Ich bin ein Top Agent. Top Agent Jonas, aus dem Weg da. Schön, schön, dass es dir gefällt. Aber komm am besten rüber, dann können wir noch die Rakete hier aufbauen. Dann könnte ich auch noch deine Hilfe gebrauchen. So, du hast gerade einen Energiespeicher, den hat übrigens auch Tully für uns erfunden, damals, als er hier war. Den musst du einmal bitte hier drunter reinsetzen. Boah, das zahlt ziemlich schwer, aber es müsste jetzt eigentlich drinnen sitzen. Boah, das leuchtet ja auch richtig. Ja, der Tully ist schon echt ein schlauer Typ. Und, 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 damit könnt ihr dann die Rakete bedienen und, boah, das ist ja echt krass bei euch. Jupp, die Rakete ist jetzt startklar, das ist schon mal super. Das ist so eine Art Abwehrraketensystem. Das stellen wir dann später raus in den Garten, falls sie mal angegriffen werden sollten. Und ja, Jonas, vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Boah, gern geschehen, Agent P. Boah, das ist ja richtig cool bei euch. Also, wenn ihr Hilfe braucht generell, dann, dann sagt mir einfach Bescheid. Ähm, ich bin auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, würde ich euch hier gerne helfen. Jonas, das ist eine klasse Idee. Äh, dadurch, dass du bei den Ghostmasters bist, wirst du echt eine gute Verstärkung für uns. Also, wenn du Lust hast, öfters bei uns auszuhelfen, kannst du auch gern einfach von so einem bei uns vorbeischauen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, es gibt einen Einsatz. Oh, mein Gott, es geht schon wieder los. Schau mal da, Jonas, da hinten. Siehst du das? Das ist Dr. Eisenfaust. Das ist unser Einsatz, unser Ernst. Äh, Erz-Reval. Der macht jedes Mal Stress. Also, ich muss jetzt auf jeden Fall los und mit meinem Team sich zusammentreffen. Okay, Agent P. Äh, ja, vielen lieben Dank, dass ich hier bei euch immer ein bisschen rumschauen durfte. Also, ich werde auf jeden Fall öfters bei euch vorbeischauen. Und viel Erfolg auf eurer Mission. Hey, Leute. Das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.